Hi, hier ist Melli, herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video geht es um die allerbeste Diät, die du überhaupt starten kannst. Es ist die beste Diät deines Lebens. Ich bin Melli und herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wenn du abnehmen möchtest, dich gut fühlen möchtest, gesund bleiben möchtest und das alles ohne Hunger, Qual und Verzicht, dann abonnier doch kostenlos meinen Kanal. Und jetzt geht es um die beste Diät deines Lebens und dafür möchte ich auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön sagen an Amongst the Stars, denn sie hat einen richtig coolen Kommentar hinterlassen auf einem von meinen letzten Videos und dann habe ich mir gedacht, boah, saugeile Diätidee. Die beste Diät deines Lebens ist ein Negative Detox Diät. Das heißt, du versuchst einfach so viel negative Energie aus deinem Leben heraus zu befördern, wie es nur geht. Und nicht, indem du dagegen ankämpfst, sondern indem du das einfach loslässt. Das wird die beste Diät deines Lebens sein, weil wenn du aufhörst, so negative Energie auszusenden, dann wird dir richtig viel Geiles in deinem Leben dann noch passieren. Leute, die dir vielleicht was angetan haben im letzten Jahr oder heute vielleicht sogar, die verzeihst du. Und du verzeihst sie nicht, damit du sagst, ja, das, was derjenige mir angetan hat, dass ich okay damit bin. Nein, du machst es nicht für den, du machst es für dich. Denn wenn du nicht verzeihen kannst, es tut dir weh, es tut dem anderen nicht weh. Der andere, dem ist das scheißegal, der macht sein Leben weiter, aber du leidest. Und damit du von dieser Energie los wirst, musst du anderen Leuten einfach vom tiefsten Herzen heraus verzeihen. Negative Menschen aus deinem Leben. Es ist vielleicht nicht so einfach, wenn es Familie und Freunde sind, aber du kannst anfangen, einfach weniger Zeit mit denen zu verbringen. Oder weniger schnell auf die Nachrichten von denen zu antworten. Und dann mit der Zeit wirst du dann sehen, wer gibt dir positive Energie. Da wirst du automatisch mit demjenigen mehr Zeit verbringen wollen. Und wer entzieht dir deine Energie. Aber natürlich, wenn du diese Leute in deinem Leben anziehst, dann musst du überlegen, was sendest du denn aus für eventuell Negativ-Vibes. Und wenn du sehr viele negative Menschen um dich herum hast, dann musst du überlegen, hm, vielleicht bin ich ja auch so negativ. Um eine Negativ-Diät zu machen, ist wichtig, bitte schau keine Nachrichten im Fernsehen. Das Problem ist, die Nachrichten, die zeigen dir nur eine verzerrte Wahrnehmung von der Welt. Die zeigen dir vielleicht 0,5% von den Sachen, die auf dieser Welt passieren. Und dann siehst du das jeden Tag. Das Problem ist, du hast dann Angst. Du hast Angst, dein Leben zu leben und du hast Angst vor der Welt. Dann wirst du leider nicht die Dinge tun, die du eigentlich erreichen möchtest in deinem Leben. Weil sicherlich hast du Ziele und Träume. Und wenn du immer Angst hast, dann kannst du die nicht erreichen, weil du immer blockiert bist durch diese Angst. Und was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist keine Nachrichten mehr zu gucken. Denn das Ding ist so, wenn wirklich was Schlimmes passiert, irgendjemand wird dir davon erzählen. Nachbar, Freund, Arbeitskollegen. Du wirst davon erfahren. Ich verstehe schon. Früher habe ich gedacht, boah, die Leute, die da immer, ich sehe es ja auch auf der Arbeit, bin ja Krankenschwester, die Leute, die Privatpatienten kriegen ja ihre Tageszeitung. Und die, die das immer lesen, die sind immer so total informiert. Und da habe ich früher gedacht, boah, Melli, bist du blöd. Du willst keine Zeitung lesen. Du willst dich nicht informieren, was so in der Welt passiert. Bist du da so doof oder was? Und jetzt habe ich erkannt, nein, ich war nicht doof. Ich wollte mich schon instinktiv schützen vor den ganzen negativen Medien. Denn das hilft mir nicht, mein Leben zu leben. Und wie gesagt, wenn wirklich was Schlimmes passiert, irgendjemand, du wirst davon erfahren. Du musst aber nicht jedes kleine Ding hier in einem Bruch, da in einem Diebstahl, da in einem Mord und so weiter, das musst du nicht aufnehmen und in deinem Körper so aufsaugen. Denn dann hast du nur Angst, dein eigenes Leben zu leben. Deswegen wäre mein vierter Punkt, ist, dich nicht mehr zu beschweren. Einfach alles, was in deinem Leben passiert, anzunehmen. Dich nicht zu beschweren, nicht zu lästern, nicht die Gerüchteküche mitzulabern. Wenn da so auf der Arbeit, dann gehen ganz viele Leute und die wollen über jemand anders reden, gehst einfach nicht mit. Sagst, nein, damit will ich nichts zu tun haben, ich möchte das nicht hören. Dann wirst du merken, wie du dich besser fühlst. Denn wenn wir negativ über andere Leute reden, wir fühlen uns dabei nicht gut. Man denkt vielleicht im ersten Moment, ja, ich fühle mich gut, weil fünf, zehn andere Leute auch die gleiche Meinung sind, aber eigentlich, man fühlt sich nicht gut, wenn man so im Stillen selbst reflektiert, würde man merken, hm, das hätten jetzt sein müssen, so ungefähr. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen geilen Start ins neue Jahr. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Eure Melli. Ciao. 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 Ciao.